und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von slime ranger ich habe wilden honig warum wollte ich wilden honig haben da war doch bestimmt was ich wusste es ich wollte die drohne ausprobieren und drohne ausprobieren ich würde erst mal hier alle durch mit menschlein zeichnen weniger back die den da oben noch man ganz komische geräusche das waren genau 50 ne das waren weniger als 50 habe ich hier noch was ich habe aber auch ein paar sehr schön ich glaube nicht dass das ausreicht doch hierfür reicht das schon was ich kann mir eigentlich genau hier die 50 rausziehen es sind sogar auch genau 50 wieder hier was haben wir hier noch drin 6 und 38 gut ziehen wir weiter ok ok die haben die am liebsten gefressen ja da kommen doch die erzen wieder und die komischen zwiebeln hier hinten und dann die lieblingsfrüchte von den anderen ja fast das war gerade sehr talentiert ähm dann haben wir noch das ding miau noch euch auch und die sind dann noch für euch übrig und die fressen sowas nicht aber für die habe ich hier hinten noch ein paar andere leckerbissen ähm die sind voll geil das heißt hier kann ich gleich wieder hinrennen das riecht mir nach einer neuen machine das kann jetzt liegen bleiben da kann ich gleich auch nochmal hin da kann ich sowas von nochmal hin wann fütter ich die so viel dass die so alles voll haben ich meine stirn tut es mich ja in der Theorie nicht ach meine Musik meine wunderschöne nicht verstimmte Musik ich dachte gerade ich habe 49 gelesen oh das reicht das reicht das reicht so was von und ich möchte mit großer Vorfreude ankündigen das mein Spiel gerade gespeichert hat aber ich jetzt auch wieder ein neues Erschießment kriege tralalii und tralalala da ist es doch schon jetzt machen wir alles rückgängig bursting at the seams was fehlt mir denn jetzt noch was fehlt mir denn jetzt noch ich muss noch Slime Gadgets ohne Ende herstellen ganz ganz groß ist also ich habe nur drei lange gemacht da gibt es Sinn Und jetzt verdienen wir uns jede Menge Geld. Dafür habe ich ja hier den Marktlink aufgestellt. Jetzt habe ich das so mühsam aufgefüllt und jetzt habe ich das wieder so mühsam entleeren. Aber was soll's. Ah, interessant. Warum baue ich das nur dreimal? Na toll. So viel zum Thema nur dreimal. Ist doch schon wieder nervig. Warum kann ich nicht zwei Slots mit denselben Sachen füllen? Nein, was soll's. Es fließt aber viel Geld, wenn ich das mal so anmerken darf. Jetzt nehmen wir noch einmal den hier schnell raus. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach komm, als ob der jetzt noch mehr rausgezogen hat. Wie lang zieht denn das Ding, ey? Nein, nein. So lang zieht das Ding also. Mein Gott. Kann auch übertreiben. Und trotzdem tue ich's. Ja, da habe ich den Winkel zu stark gehabt. Ja, damit wäre mein Seele auch wieder leer. Und ich habe jeeeene Menge Geld verdient. Und zwar genau zu sein 31.245 habe ich jetzt. Abzüglich das, was ich vorher hatte. Das ist nicht gerade hilfreich, wie ich's definiere. Die sind auch fleißig. Ja komm, ist nur noch Geld, oder? Äh, da habe ich nur Musik drin. Hier kann ich noch plündern. Das ist nicht gerade wenig. Du dämpf, ah toll. Viel zu viel gesagt. Na was soll's. Laufen wir da später wieder hin, oder nicht? Und wundern uns irgendwann, warum da Plots rumliegen, oder auch nicht. Und wieder alles verkaufen. High quality Gesprächscontent. Ich sage das, was offensichtlich ist. Ähm. Ja. Hier rein. Ähm. Ja. Soviel zum Thema Geld kaufen. Warum ist das so teuer? Das macht doch keinen Spaß mehr. Und hier fliegt mir alles in der Headset um die Augen. Hier verstehe ich mich, da kommen wir selber noch. Und das war gut rausgezogen. Ähm. Die sprengen mich hier und um die Uhr in die Luft. Da liegen Crystal Platz, da war ja was. Davon denke ich, bestimmt auch noch was geklaut. Deswegen bin ich doch jetzt gar nicht hier. Die kann ich auch noch mehr räumen. So. Erstmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Gut. Hier bin ich richtig egal. Am richtigsten. Wait a minute. Das ist doch viel praktischer. Hört, hört. Darauf hat mich diese kleine Kiste gerade gebracht. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir so alles damit finden. Also Ziel ist es, die zu füttern. Wenn ich brauchte zwölf, brauchte ich davon. Ach, das hat wenig Zweck. Du siehst doch hungrig aus. Na stimmt, die essen Früchte. Das muss ich komplett anders machen eigentlich. Da ist eine Kiste. Da wird zumindest Geld drin. Und Gemüse. Ich bräuchte aber eigentlich Früchte. Frönikas. Ich hab keinen Bock auf diese, mir diese Quantenschleims zu züchten, weil die die ganze Zeit abhauen. Das sind Früchte. Oh, das ist auch nicht gerade der Baum, den ich haben wollte. Eigentlich ist es schon der Busch, den ich gesucht habe, aber nicht der, den ich brauche, weil er keine Früchte trägt. Jetzt ist es auch noch Nacht. Jetzt kann ich gerade auch wenig anfangen. Nein, 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 meine Frucht. Meine Frucht. Wunderbar. Hups. Und du willst auch einen, das hab ich gesehen. Damit hätten wir auch schon mal die Hälfte. Wir sind allesamt glücklich und ich kann weitersuchen. Ähm. Das leidet mich natürlich jetzt ganz schlecht. Ich glaub, den haben sie erwischt. Das hätt ich auch vorher sehen müssen. Ähm. Ja, gut. Hier haben wir einen Baum. Aber auch hier sind keine Früchte dran. Und der hat keinen Hunger. Der genauso wenig. Oh, Mann. 4 Früchte, 4 Schleims. Komm, das reicht doch mir doch auch. Ja, super. Ja. Super. Ich hab's irgendwie so als grünen Glibber wahrgenommen. Komm. Einen noch. Einen einzigen noch. Das ist doch alles, was ich will. Und dann geh ich drauf. Ich seh's kommen. Ich mein, ich könnte schon mal anfangen, zurückzulaufen. Da hinten sind auch welche. Ui. Nein. Das gehört mir. So, wie komm ich da jetzt am besten hin. Mit geschlossener Tür. Und jetzt ist die Tür da oben nicht mehr geschlossen. Und dann... Ich kann schon sagen, reicht mein Dings nicht mehr aus. Jetzt hab ich mir das Teil geholt. Und jetzt find ich nirgends mal ne schwarze Kiste. Ich hab die doch so oft gesehen. Und damit sind wir wieder zurück. Zurück zur Farm. Brauch ich eigentlich nur ne Weltwanderung? Eigentlich nur... Ich muss noch die Goldplots finden. Ah. 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 Jetzt waren's 25, ne? Pass auf. Nein, war's nicht. Was mach ich jetzt mit einer Drohne? Was kann die Thomas? Äh. Wie war das noch? Genau. Ah. Ich kann nicht rennen. Jetzt kann ich rennen. Wir nehmen eine Drohne. Alles klar, Drohne. Das ist praktisch. Ähm. Plots? Source. Plot Collectors? Destination. Plot Mark. Activate. Ja. Ja. Das Ding ist ja richtig fancy. Ich brauch noch so'n Teil. Das erspart mir grad so viel. Ähm. Wo ist die Drohne jetzt hin? Da. Fliegt die Drohne. Ich hab' nur Essen, ne? Oh, wie fancy. Ich brauch noch so'n Ding. Das Ding ist praktisch. Ähm. Was brauch ich dafür? Ich brauch so viele wie's geht davon eigentlich. Utilities. Honey Plot und Wild Honey brauch ich wieder. Honey Plots, die krieg ich, hab ich auf der Farm. Wilden Honig, den gab's doch da hinten. Dann geh ich mir jetzt wieder wilden Honig holen und lauf dann wieder zurück. Und mach dasselbe dann in der nächsten Folge nochmal. Ja, warum nicht? Warum nicht? Es nimmt mir grad so viel Arbeit weg. Das ist kaum zu glauben. Warum hab ich die Teile nicht schon früher gebaut? Du gehst doch auch zu den Honigteilen. Ja, gehörst du. Dann kann ich die nämlich schon mal mitnehmen. Falls die dann irgendwann mal kaputt gehen, kann ich die dann wieder auf meiner Ranch ersetzen. Obwohl ich brauch die gar nicht mehr ersetzen. Dann müsste ich das auf meiner Farm anpassen, dass ich da hinten nur... Heute ist schon wieder Sonntag. Dann hab ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Äh. Ja. Gar nicht gerechnet. Das machen wir gleich auch noch. Aber ich find grad nichts praktisches zu essen für die. Also. Was kann man noch alles findet, wenn man Essen sucht? Wow. Indigonium und merkwürdige Diamanten. Da kann ich schon fast wieder zurückrennen. Ich brauch was zu essen. Eigentlich. Eigentlich ist das Zurückrennen jetzt echt keine schlechte Idee. Dann nehm ich noch, weil das... Äh. Wow, 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 wow. Steh ich an der Klippe. Ja, also bitte. Bisschen Zurückhaltung. Dann das Ding will ich jetzt eigentlich nicht alles haben. Ich glaub ich überzieh schon wieder. Kann das? Guck mal hier. Nimm mal Karaten. Nimm mal Karaten mit. Dann hab ich aber das Problem, dann sind die Fehler am Platz. Dann muss ich die umrollen. Wenn ich jetzt sage, ich hab ein Veggie-Drohne. Eine Veggie-Drohne kann mit dem... Hm. Guck mal, hier liegt noch ein Spiral-Stream. Ganz toll. Ähm. Den wollte ich mitnehmen. Ja. Ich pass mal den da wieder hin. Ah, der ist kaputt. Sehr schön. Ähm. Ja, jetzt komm. Bein wir uns mal hin, schnell. Ähm. Einmal hier rum. Dann halten wir uns links. Denn links ist der Express-Weg. Da bräuchte ich aber auch einen Plot-Collector oder... Ach nein, kein Plot-Collector. Einen Market-Link. Und das heißt, die können nur jeweils in einem Ort operieren. Dann können die mir für jeden Ort ein paar Drohnen anschaffen. Und alles wäre wunderbar. Auch hier hinten züchtet ich nur Veggie-Schleims. Das heißt, hier hinten stehen die auch Felder am Platz. Und da hat die Drohne mir wieder Geld gebracht. Ach, du wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Das ist so toll. Ich brauche noch so ein Ding. Jetzt wollte ich aber Essen mitbringen. Da kommt das nächste Gold. Hihihi. Ähm. Ja, wir rennen noch einmal hier rum. Mir ist egal, ob ich die überziehe oder nicht. Ich will noch den Bienenwachs haben. Wait a little moment. Oh my god. Was? Gold kann ich gebrauchen? Gold ist gut. Und jetzt noch. Der steht da hinten vor sich nicht. Ist gar nicht an. Und jetzt muss ich mich hier wieder durchfinden. Dann gab es hier oben den Party. Das habe ich vorher noch nie zuvor einem Wochenende gespielt, aber. Ähm. Das sind mehr, als ich mitnehmen kann. Ich habe sogar ein Party-Gordor-Ornament. Ja, dann rennen wir hier gleich noch einmal hin. Oh, genau das, was ich gesucht habe. Ansatzweise das, was ich gesucht habe. Ich will meine Deko behalten. Meine Deko ist phantasitastisch. Und ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Deko überhaupt will. Aber, aber, aber. Man sehe mein Gold. Man achte auf mein Gold. Einfach, weil es zu fancy ist. Man achte nicht auf mein Gold. Man achte auf mein Gold. Und, äh, da gibt es Geld. Ja. Brauche ich eigentlich gar nicht sammeln. Das ist so toll, das Ding. Ich mag das. Das ist voll cute, kawaii und was weiß ich nicht. Alles drum und dran. Ob da hinten alle Gemüse essen bei meiner Produktion. So, jetzt aber. Runde drei. Jetzt hole ich mir das Teil aber. Das nehme ich einfach mal mit. Das nehme ich noch mit. Man weiß ja nie, worauf man alles stößt. Und jetzt denke ich an der Brücke fest. Good job. Good job, Kadaiko. You had one freaking job. Und mein Fuß schläft gerade ein. Ich nehme eindeutig zu lange auf. Um. Jups. Wir wollen noch ne Drohne. Du da. Du da. Wir wollen noch ne Drohne haben. Du da. Du da. Hey. Platsch, 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 platsch. Rum. Platsch, platsch, platsch. Rum. Äh. Hier hinten gab es doch auch noch mehr von. Diesen Kisten, wenn ich mich nicht irre. Das bringt mich nach Hause. Da war ne blaue. Da hinten ist die lila, ne genau. Da kann ich auch von anders hin rennen. Ich will die Folge jetzt eigentlich beenden. Muss ich jetzt hier rum? Aua. Schaden kriegen. Aber ich kann ja schon mal anfangen. Ähm. Falls ihr eure Unterstützung für dieses Thema teilen wollt. Ähm. Lasst doch ein Like da. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Was so ziemlich ein Like ist. Ähm. Folgt mir auf Twitter. Abonniert meinen Kanal. Schreibt doch irgendwas. Irgendwas in die Kommentare. Ich hoffe, ich gehe auf irgendwas. Ach, hier liegt noch mehr. Ähm. Ganz wichtig ist der wilde Honig. Ich weiß, was kann ich hier eigentlich liegen lassen. Aber ich habe gerade doch eh die roten Steine dabei. Dann kann ich den eigentlich noch mitnehmen. Soviel zum Thema. Dann kann ich den noch mitnehmen. Gut. Ähm. Ansonsten. Schaut doch gerne mal nochmal in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe dort einen Kollegen von mir verlinkt, der mir mein Profilbild gemacht hat. Und mein Intro gemacht hat oder macht. Je nachdem. Das erklärt auch den ruhigen Folgenanfang, falls mein Intro da ist. Das erklärt mal den ruhigen Folgenanfang, falls mein Intro nicht da ist. So war das gemeint. Oder so. Ja. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Korayko Korayukami. Out.